Ein kurzes Vorwort noch vom Anfang vom Video. Schaut gerne bei meinem neuen Partner Instant Gaming vorbei. Da gibt es gute Spiele, auch günstig, sehr günstig sogar. Schaut beim Instant Gaming vorbei. Link in der Beschreibung. Hallo und willkommen auf meinem Kanal, Marcel. Ich darf es bei einer neuen Folge 7 Days to Die. Erstmal. Und zwar heute machen wir uns erstmal auf den Weg, dass wir die Base ein bisschen verstärken, würde ich sagen. Und ich würde auch mal gleich sagen, dass du mir das, die letzten Mal an die Wiese gekommen sind. Ich weiß, ich mag auch nur, wie du da nicht wirklich Lust drauf hast, aber durch das ich Familie gehabt habe, dann ist es jetzt ein bisschen gewesen, dass ich das ein bisschen vorgezogen habe vom YouTuber, weil mir ist einfach wichtig, als nur du Bescheid wirst. Es sollen trotzdem noch regelmäßige Videos jetzt weiter hinkommen, nur sehr wichtig. So. Ah, das hat so etwas zu sein, die Änderung zu sein, weil es war so anders noch. Sieht aus, wie ich sagen. Hä? Aber die Sachen ist gut, wenn wir wissen. Wir nehmen jetzt nochmal die Sachen mit. Jetzt zieht er auch durch. Weil die hier kann ich halt verklafen. So. Holz. Das ist mir relativ wichtig. Okay, genau. Da liegen. So. Wie ist das? Heine gibt mir das spiel wenn es spielt wenn man nicht angeboten und für die mir auch das spielerin und 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 Scheiße. Ähm. Dann hab ich keinen, oder? Ja, was ist das für Monster? Ich kenne den Sound, aber ich bin mir nicht, was das für Monster ist gerade. Ich kenne den Sound, ich kenne den Sound, ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound, ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound, ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound. Ich kenne den Sound, ich kenne den Sound. 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 Ohhhhhhhhhhhhhh Man sieht, man sieht, der höchste, nur dass du es weißt. Ja, immer mehr, oder? Angerief! Ja, die kloppen, aber die Tür kommt mit rein. Ja, die Tür kommt mit rein. Band ist drauf! So, weg mit dir. Die ab! Der ist jetzt tot! Das war das ganz für den Schlachter, äh, glücklich. Geh' ich doch mehr anziehen darf. Da muss ich doch irgendwie hoch, weil da gerade eine Treppe war, oder? Ich hab' nichts gesehen. Ich hab' nichts gesehen. Ich hab' einen, äh, glücklich. Ja, ich hab' den Schachtel. Ich hab' den Schachtel zu lesen, oder? Was ist denn da oben? Digga, warum? Ja, hier überall die verdanken. Okay, die fliegt. Ja, aber die andere ist doch bloke, oder? Oder ich schalte, weiß. die waffen dazu auch keine waffe auch die man nicht zu spüren jetzt die leichte vielleicht darauf bekommt das letzte von euch das ist doch nicht so ich bin schon mal ich habe ihn zuerst ich habe ihn zuerst so 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 zerlegen wir diesen dachchen ist ein hemmd wir müssen jetzt einmal runter das noch was ich vorgelegt habe ist da unten aber wieder rein und machen da jetzt einfach blöcke davor und dann passt das schon wieder will ich sagen so das passt schon aber jetzt gehen wir und hier wieder hier frühleiniger ratte das war wirklich die einzigen zombies in der garage zu fahren wundert mich irgendwie bin ich das ehrlich was weiß ich nicht leitungskid warum nimmt er das nicht jetzt hallo ok jetzt suchen wir noch den dann kippen wir noch da kippen wir mich an und körperlich noch drin aber irgendwas hier drin oder was das ist das ist dann eben was oder das hier wirklich nichts ist erstaunt da ist noch ein johnny was tut du wirst du wirst du guck wirst du wirst du ist du Oh, ich hab das nicht gesehen. Hier war die Leiterung. Ach, hier ist was. die haupt base so mit waffen und so machen das war ich um ihr weil oben halt dann viel mehr schutz hier oben jetzt sagt noch so habe ich jetzt Raffne! so alles da rein so so, jetzt wie wir das Level nennen lassen wir das Level Hallo Kumpel! schuld und weg mit ihr Wurzungsbeschaffung so wie es kommt zu mir aber doch nur abfall 1 ich möchte keine gruppe leute ich wollte nur eines von euch haben alter mein freund oh er ist auch tot die hol ich mit acht noch kann ich so machen ich will eine tür die war dann hier reinkommt die tür vielleicht mal wie hier gut wenn man so auch lieber hier bauen machen wir noch verblöcken damit die leute noch nicht verknocken können weg damit so jetzt brauche ich noch die klappe nicht gedacht aber wir machen heute schluss war mit der folge ich würde sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal